jo leute was geht ab gamer kokos wieder im stüssel für euch hier ist ein kleines video von mir zum tier also dass tierpfleger die tiere nicht füttern und zwar ist das so dass es so sein muss dass wir dass die tierpfleger erst ein bisschen genau tiefleger da sein und zweitens ist das so die gehegegegebenheiten müssen gegeben sein bzw ich zeige euch das mal das sind tierpfleger mal schnell zum gehege kommen dann sehen wir das hoffentlich gleich so komm schon lauf zu kollege auf lauf 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 auf lauf so jetzt gucken wir mal so zum stopp kurz drehen weitermachen so so das haben wir ja ich weiß so die gehegegegebenheit klicken wir jetzt auf ein tier und sehen hier die ganzen einstellungen das sollte alles grün sein wie ihr seite sehen könnt was dann nachgebenheit sein muss ist hier und okay das weiß ich selber und das halt der tierpfleger das halt die die sage ich jetzt mal nicht zu weit graben durch graben laufen müssen oder gleich am anfang so riesen huggel weil das stellt die auch was auf jeden fall aufstehen muss ist so eine tierhütte also hier so eine fütterhütte sage ich jetzt mal die und ihr könnt den tieren auch zuweisen dass was er nun machen muss also beziehungsweise würde ich noch was aus erraten wo ist das finde ich jetzt gar nicht man kann hier die umrisse sehen was nun zugewiesen ist habe ich gleich noch mal gucken wir noch mal gefunden da arbeitsbereich da kann man den arbeitsbereich eben einteilen dazu weisen beziehungsweise ich mache jetzt mal plus sagt sagt das kann man eben jede individuell park machen und auch eben den tierpark zuweisen und das war es eigentlich auch schon fast wieder und dann füttert er auch die tiere wenn ihr fragen habt lasst auf jeden fall eine bewertung da schreibt es in die kommentare ich helfe gerne und bis bald leute ciao